Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Lego Marvels Avengers. Im letzten Part haben wir ja die Mission um Iron Man 3 abgeschlossen und heute zocken wir hier Projekt Insight hat Probleme. Ich denke mal das ist ähm Winter Soldier, eine Winter Soldier Geschichte, da habe ich den Film ja tatsächlich nicht gesehen, daher schauen wir jetzt da direkt mal rein. Projekt Insight ist etwas, woran S.H.I.E.L.D. heimlich seit geraumer Zeit arbeitet. Einfach gesagt werden Helicarrier der nächsten Generation per Satellit miteinander verlinkt, um weltweit Bedrohungen aufzuhalten, ehe sie auftreten. Ziemlich cool was. Ich sollte Ihnen wahrscheinlich nicht alles einfach so erzählen, für den Fall, dass jemand Böses zuhört und alles für eigene Zwecke sabotieren will. Aber wie wahrscheinlich ist das schon. Ich bin Agent Sharon Carter von S.H.I.E.L.D., Sondereinheit. Nun, nicht mehr, aber ich greife schon wieder voraus. Ich beginne lieber am Anfang. Eine Geiselnahme auf einer Satellitenstartplattform von S.H.I.E.L.D. unterbrach Captain Steve Rogers morgendliches Training. Die Mannschaft wurde vom gefährlichen George Patroc gefangen genommen und Captain America sollte sie sicher nach Hause bringen. Dank seinem spritzigen Auftritt verpasste Cap buchstäblich sein Boot. Deshalb war er auf die Hilfe des netten Brock Rumlow und seines Strike Teams angewiesen, um die Mission auch reibungslos abzuschließen. Ein Moment, Cap. Ich bringe Sie schon hier rauf. Man glaubt, man versinkt am Boden. So. Okay, da darf ich auch erst mal draufholzen. Oklidokli. Danke. Cap, Patroc ist auf der Brücke im hinteren Teil des Schiffs. Wir müssen zu ihm gelangen. Was habe ich denn hier? Was habe ich denn hier? Ah, okay. Ihr könnt das auch so machen. Gut, spielen wir Captain Useless? Nein, wir spielen ihn. Einfach aus Prinzip. Er hat eine Gnade. Ein wahrer Army. Erst schießen, dann fragen. Okay, ich glaube, ich vertrete hier absoluter Stereotypen, aber... Hm. Okay, kein Plan, was das hier auf sich hat. So. Aber hier... Mhm, gut. Gut zu wissen. Captain Useless, du bist doch sportlich. Sind wir hier fertig? Unglaublich. Der wäre ja gar nicht so schlecht, wenn... Wenn er besser fighten könnte. Und man sollte eigentlich denken gerade, dass er das kann. Aber eigentlich ist er wirklich nur zu gebrauchen mit diesen 3er Spezialkombo-Dingerns. Alles andere ist so... Mäh. Und das finde ich eigentlich echt schade. Weil im Fist-Kampf glaube ich durchaus, dass er durch seine krassen Drogen relativ stark ist. Aber... Ja, das haben die halt irgendwie ein bisschen... Ein bisschen verkackt. Kann ich nochmal? Das würde ich jetzt schon gerne runterfrügeln. Nice, Leute. Okay. Da bräuchten wir jetzt einen anderen Charakter. Schön. Haben wir nicht. Und der hat hier unten echt Action. So geht das. Seht ihr? Genau das meine ich. So geht's natürlich auch. Was? Ah, okay. Okay. Bla, bla, bla. Wie? Okay. Und wieso sollte ich das zum Gefrieren bringen wollen? Fragen über Fragen, Freunde. Und Captain America ist tot. Wer hat damit gerechnet? Und wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich gerade auch sagen, er schafft es nicht. Kann ich da nochmal dran? So gefällt mir die Sache. Einfach durchrushen, den Bösewichten kräftig eine auf die Fresse geben. Ähm, so macht das Spaß. So und nicht anders. So, dann brauchen wir hier Captain Schild auf jeden Fall. Aber erstmal holen wir uns ein Münzchen. Cap. Hep. Keine Sorge, Cap. Die sammeln wir wieder auf. Okay, hier unten könnte ich was mit Scarlet Witch machen. Aber nicht mit dir. Gut, 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 gut. Dann gehen wir hier hoch. Hier haben wir noch ein paar Münzchen. So, ich würde lieber mit ihm zocken, weil er zockt sich einfach besser. Na klar, kommt schon. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt so gut war. Kommt schon, kommt schon, kommt schon, kommt schon. Okay. Ich stehe das damit kaputt. Und. Gute Frage. Oh, wow, 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 wow. Die sind echt schlecht gelaunt. Die viel größere Frage ist, wie kriege ich deren Kanone da weg? Ah, so geht das. Wir müssen dieses Geschütz ausschalten, bevor es uns ausschaltet. Ja, ja, entspann dich. Und. Ich glaube, ich schieße gerade drüber hinweg. Wir müssen ihn durchqueren. Nice, 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 nice. Wow. Käpt'n Feuerlöscher, wir brauchen dich gleich. Aber erstmal schauen wir erstmal hier, was wir hier noch ernten können. Ein bisschen Farmen muss sein. Käpt'n Feuerlöscher, einmal rein mit hier. Das war so klar, dass hier hinten nochmal Münzen versteckt sind. So. Jetzt ziehen wir mal das Ding hier. Und damit bringt es ihn in die andere Richtung, oder? Offensichtlich. Gut. Wisst ihr was? Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal hier unten um. Schauen wir erstmal, was wir hier, was wir hier ernten können. Und wenn wir hier durch sind, gehen wir da oben weiter. Aber das schaut hier unten ziemlich useless aus. Da hinten steht noch einer. Aha, aha, aha. Du, du, du. Ab und dann ist einfach mal eine Waffe doch. Du, ja, ist vorteilhaft, gell? Man will es nicht glauben. Gut, okay. Hier unten bringen wir nur Sachen mit Ultron was. Dann rüber. Ja, doch schon irgendwie, oder? Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Scheinbar war das wichtig. Würde ich jetzt einfach mal raten. Würde ich jetzt einfach mal raten. Das muss weit sein. Alles klar. Jetzt stellt sich mir doch durchaus die Frage, was hat mir das jetzt hier gebracht? Ja, das kennen wir doch schon. Jetzt kommt schon. Farscht mich nicht. Ich muss doch jetzt hier nicht so eine Spring-Scheiße machen, oder? Doch, ich muss. Aber nicht mit ihm. Okay. Cap, verpiss dich. Kommt jetzt nochmal her. Holt das Ding rüber. Meine Fresse, hä. So. Cap, einmal rüber bitte. Und ich befürchte dann, dass ich mit dem Captain drüben, äh, rüberjumpen muss. So, den einen Karspiel haben wir schon mal rübergebracht. Okay. Okay, ich kriege gleich hart das Kotzen. Ich sie es jetzt schon. Ich hasse Spring-Scheiße, Leute. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr. Jetzt kommt schon. Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin mir sicher, dass das der richtige Weg ist, leider. Ja, komm, mach nur eine Rolle. Genau. Aber selbst wenn ich dann hier bin. Hm. Kann ich irgendwann der Seite hochklettern? Nee, kann ich nicht. Ich, ich, ich glaube, ich muss da schon drüber. Kann doch nicht sein, oder? Kann ich hier nochmal was machen? Ich dachte halt, ich könnte danach Captain hier auch rüberholen. Aber ich glaube, ich habe mich geirrt. Jetzt probieren wir noch eine Sache. Okay. Die mir gerade noch so einfällt. Nee, auf keinen Fall. Nee, 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 nee. Ich muss schon hier lang. Und dann muss ich da rüber. Das ist, das ist doch, das kann doch nicht so schwer sein. Aber irgendwie funktioniert auch der Doppelsprung nicht so richtig. Jetzt funktioniert er aber nicht wie gewünscht. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Boah. Nee, der, 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 der Kack-Doppelsprung, der funktioniert einfach nicht immer. Alter. Ernsthaft. So, endlich. Ich sammle da jetzt auch gar nicht die Münzen. Ich spack da jetzt definitiv nicht rum. Weil, fuh, bitch. Ernsthaft. Ich bin überrascht, dass sie noch keine Piratenflagge gehisst haben. Dafür hatte ich immer schon eine Schwäche. Man lebt nicht schlecht. Wie gefällt dir das? Perfekt. Läuft. Cap, du darfst ruhig mitkämpfen. Also ist nicht so, dass das jetzt hier ein Singleplayer-Game sein muss. Feel free to join me. Aber gut, offensichtlich hast du keine Lust. Schauen wir erst mal, können wir hier hinten noch was machen? Ja, hier könnten wir irgendwas machen. Irgendjemand hat eine Idee wie? Gut. Dann halt nicht. Aber hier hinten haben wir auf jeden Fall noch eine blaue Münze. Die ist mein. Das war knapp grad. Das war richtig knapp. Das hier kann, glaube ich, nur Tony reparieren. Yay. Und hier haben wir nochmal was. Okay. Okay, okay, okay. Sportelguy. Einmal bitte rüber. Ja, nee. Das ist auf jeden Fall. Das ist hier Tony. Das ist Iron-Man-Geschichte. Definitiv. Was haben wir hier noch Lustiges? Okay. Okay, da hört sich jemand ganz schön angepisst an. Captain America besiegte Batroc und befreite die Geiseln. Aber zu seiner Überraschung entdeckte er, dass Black Widow die Befehle missachtete und Daten vom Schiffskomputer abrief. Rogers wollte eine Erklärung von Direktor Fury und erfuhr vom Projekt Insight. Dabei sollten drei Helicarrier miteinander verbunden werden, um die Welt zu beschützen. Cap gefiel die Idee nicht, da er nicht wollte, dass die Welt nur noch in Angst leben musste. Schon bald war er auf der Flucht mit Black Widow und seinem neuen Freund Falcon. Zusammen fanden sie heraus, dass Alexander Pierce, ein Mitglied des Weltsicherheitsrats, Fury hintergangen hatte, damit Hydra mit Projekt Insight die ganze Welt beherrschen konnte. Oh, und dann trafen sie auch noch auf den Winter Soldier. So, meine Freunde, aber auf dem Winter Soldier treffen wir erst im nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare und wie immer abonniert meinen Kanal. Würde mich mega freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Ciao.